Ja, lieber Jens Stoltenberg, lieber Jens, herzlich willkommen hier im Deutschen Verteidigungsministerium, hier im Bändlerblock und es freut mich sehr und es ist mir wirklich auch eine große Ehre, dich als ersten internationalen Besucher hier begrüßen zu dürfen. Und das zeigt den Stellenwert der transatlantischen Allianz für Deutschland und die Bundeswehr. Wir sind und bleiben eine Bündnisarmee. Und Deutschland war im Kalten Krieg, Frontstart und hat direkt von der Sicherheit durch die NATO profitiert und deswegen stehen wir heute auch fest an der Seite unserer Verbündeten und übernehmen Verantwortung wie Verpflichtungen, insbesondere in der NATO-Response Force und im nächsten Jahr dann auch bei der NATO-Speerspitze VJTF. Meine erste Auslandsreise hat mich geführt nach Litauen zu den Soldatinnen und Soldaten unserer NATO-Battlegroup in Rukla. Und hier konnte ich mich persönlich von der gelebten Praxis in der Allianz überzeugen. Und ganz aktuell muss ich sagen, ich habe es sehr begrüßt, sehr begrüßt, dass der NATO-Russlandrat vor einer Woche, dass der nach fast zweieinhalb Jahren endlich wieder tagt und wieder Schritte einleitet. Wir alle wissen, das kann nur ein erster Schritt sein, aber es ist ein wichtiger Schritt gewesen und das begrüße ich sehr. Die Bedrohung durch Russland hält an und stellt auch die NATO vor Herausforderungen und der russische Aufmarsch an der ukrainischen Grenze verstößt, ohne Wenn und Aber gegen alle Regeln, gegen alle Regeln des friedlichen Miteinanders. Und wir haben nicht vergessen, der Aggressor ist Moskau, der Aggressor ist Russland. Und Moskau hat eben kein Veto-Recht bei den freien Entscheidungen seiner Nachbarstaaten. Und das bleibt auch Kernprinzip der europäischen Sicherheit. Wir jedenfalls halten Kurs beim Doppelansatz glaubwürdiger Abschreckung und substanziellem Dialog. Das ist uns ganz wichtig und genauso werden wir auch weiter agieren. Vor uns in der NATO liegen entscheidende Monate auf dem Weg zum Gipfel in Madrid Ende Juni. Und die Arbeit an der Anpassung des strategischen Konzepts laufen auch auf Hochtouren, um die Allianz auf die neuen Herausforderungen auszurichten. Und gleichzeitig wird auch in Staaten wie Schweden und Finnland aktuell intensiv über die NATO und ihre Westbindung diskutiert. Und besonders wichtig ist mir bei alledem auch, dass wir die EU mitdenken. Dass wir sie mitdenken. Denn für die deutschen Sicherheitsinteressen sind die NATO und die EU zwei Seiten einer Medaille im gesamten Bedrohungsspektrum. Und dazu passt gut, dass demnächst die dritte NATO-EU-Erklärung auch vorgestellt wird. Ja, lieber Jens, ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit. Du hast mir Unterstützung zugesagt. Darauf werde ich zurückkommen. Und ich freue mich auch darauf, in wenigen Wochen im NATO-Hauptquartier dann meinen Besuch abstanden zu können. Nochmal herzliches Dankeschön. Sehr willkommen. Danke so much. Ich verstehe. So, I, I, absolutely. For, for your colleagues or for- They understand German, all of them. Okay. Because, uh- Which is, which is great. So, Mr. Secretary General, you have the floor, then. Thank you so much. Minister Lambrecht, dear Christine, it's a great honor to be here. And congratulations so much with your appointment. I really look forward to working with you. And also many thanks for your strong personal commitment to NATO, to our alliance. And for Germany's contributions to our shared security, to our collective defense, in so many different ways. You share and you lead the NATO battle group in Lithuania, and I welcome the fact that you went there as your first trip abroad, demonstrating your personal commitment, both to the Bundeswehr, but also to NATO's presence in the Baltic region. I have met German personnel in many different missions and operations, including in Lithuania, but also in Kosovo and on maritime activities, for instance, in the Aegean Sea. And I am always impressed by the professionalism, by the dedication of the German soldiers and men and women in uniform in different NATO missions and operations. I would also like to thank you for Germany's contributions, not only to our maritime operations, but also on our battle group in the eastern part of the alliance, but also your contribution to our air policing and many other important parts of our collective defense, which we are providing together in NATO. All of this is a strong sign of NATO solidarity, and this is even more important now as we face a critical time for European security, with the Russian military buildup in and around Ukraine, with the threatening rhetoric, and also with the Russian track record of using force against Ukraine before. As you said, NATO remains committed to our dual track approach, deterrence defense combined with dialogue. We are in a defensive alliance, and we will always protect and defend all allies. At the same time, we will continue to make every effort to find a political way forward through dialogue. Therefore, I welcome that we were able to meet in the NATO-Russia Council last week, and today I have invited all the members of the NATO-Russia Council to meet again in a series of meetings to address important issues for our security, transparency on military activities, mechanisms to reduce risks, and also arms control and alliance of communications. And I know that I can count on Germany, and on you personally, when it comes to both the terrorist defense and on dialogue. And therefore, I really look forward to working with you, and I would very much like to welcome you to the NATO headquarters in Brussels. So, thank you so much for seeing me today. Thank you. Vielen Dank.